Und da wären wir ja auch schon wieder. Gehen wir mal die nächste Kampagnen-Hitab an. Exterminate. Das klingt doch gut. Hört sich also nach begrenzten Gegnern an. Okay. We must stand against the tide and turn it back. At the cost of blood, at the cost of our lives, this must be done. The main hibernating cluster will soon be within our reach. Sergeant of the Squad, accept your orders. One squad will be sufficient. You will be in the very midst of the enemy. Deploy your forces to meet the onslaught. Seale the entry points or drown the enemy in their own blood. May vengeance be your strength and wrath your shield. Ähm. Block all entry areas. Wie? Wie blockiere ich die? Muss ich denn genau an die Tür ranlaufen und dann irgendeine Aktion ausführen? Ähm. Das wäre ein bisschen übel. Ähm. Warte, umgemal. Alternativ, einfach alle umbringen. Das klingt doch eher praktisch. Solange wir eine richtig gute Position haben. Also wenn wir hier und da stehen würden, hätten wir den ganzen langen Gang, wo wir runterschießen könnten. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Ja. Da braucht man eben von hier nach da drei Runden, dass er angreifen könnte. Währenddessen können wir durchgehen. Taka, taka, taka. Das ist vollkommen okay. Hier oben sehe ich eh ein Problem. Weil wenn wir da und da stehen würden, wären hier nur von der Ecke aus eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Also ja, zwei Runden, wenn es hochkommt. Wenn wir uns weiter hinten hinstellen, könnten sie hier oben langlaufen. Ja, wohl mal, warte mal. Wir machen die Türen hier auf. Oder zerstören sie am besten. Ich weiß nicht, ob Jeans die der Tür wieder zumachen können. Das wäre komisch. Ähm. Wir machen sie auf oder zerstören sie, damit sie durchgehen aufbleiben. Äh. Stellen wir uns hier ganz hinten hin. Oder sogar da, wo er jetzt gerade steht. Dann kann er den ganzen Korridor runterschießen. Und er hier schießt dann den Korridor runter, auch wenn er nicht so lang ist. Und der deckt den Korridor hier ab, falls hier zu viele durchkommen. Hm, ich weiß ja nicht. Aber jetzt müssen wir dann gucken. Äh, der hier hinten hat auf jeden Fall nichts zu tun. Das heißt, der kann ihn auch unterstützen. Dann könnte er jetzt auf jeden Fall da hingehen. Und der geht da hinten. Dann deckt er hier den Gang. Und er, der jetzt da steht, den nach unten. Die da oben stehen einfach nur sinnlos in der Gegend rum. Also, das muss ich mir jetzt im Spiel mal angucken. So. Jeans-Dealer sind telepathisch miteinander verbunden. Durch den Hive-Mind. Ja. Das heißt, alle Jeans-Dealer wissen immer alles. Also, die Ladezeiten finde ich manchmal echt ein wenig komisch. Dafür, dass es ja eigentlich nicht so viele Informationen sind. Und die Grafiken ja auch wiederverwendet werden. Na, komm schon. Hm. Aber ja, es schaut nicht so aus, als wenn wir jetzt irgendwelche Verluste hätten vor der letzten Mission. Und wir konnten uns auch nicht aussuchen, wen wir spielen wollten. Also unsere Squads selber zusammensetzen. Das finde ich noch ein bisschen schade. Das hätten sie ein bisschen personalisieren können. Also, dass man sagt, der und der heißt jetzt so und so. Der hat die und die Orden bekommen. Und dadurch vielleicht noch ein, zwei Boni. Und dann so nach und nach so einer Heldentruppe zusammenstehen. Aber vielleicht kommt es ja später noch. Und langsam habe ich den Verdacht, dass das Spiel abgestürzt ist. Nee. Geht da doch noch. Okay. Oh, Sold Cannons. Sehr schön. Mit begrenzter Munition. Was zur Hölle? Okay. Also er hat zweimal zehn Schuss. Schießen kostet einen Aktionspunkt. Nachladen kostet vier. Hm. Okay, es werden drei Würfel gewürfelt. Und bei einer fünf oder sechs wird das Ziel zerstört. Eine Sold Cannon kann keine Ladehemmung haben, aber kann eine Fehlfunktion haben. Sobald alle drei Würfel dasselbe Resultat würfeln, wenn wir jetzt dreimal würfeln, das kommt dreimal eine Eins, Drei, Drei oder was auch immer, explodiert sie und bringt den Terminator um. Was? Also ja, das gab es früher auch, aber da gab es auf den Würfeln so ein Blitzsymbol, wenn dreimal der Blitz kam, dann, ähm, oder war das bei Warren 40.000, weiß ich gar nicht mehr. Aber ja, zusätzlich dazu, dass der Terminator gekillt wird, wird auch jedes Modell oder Tür in dem umliegenden Feld bei einem Würfelwurf von 4 Plus auf einem W6 ebenfalls umgebracht. Also ja, sie haben begrenzte Munition, sie töten den Terminator und können Kameraden des Terminators umbringen. So wirklich überzeugt bin ich von der Kanone nicht, aber okay. Was haben wir da noch? Wir haben ein Brother Willow Sony mit einer Chain Fist, also so ähnlich wie diese Power Fist, nur halt mit einer Kettensäge vorne dran, das ist zum Türenaufsägen. Das wird dieses Soul Cannon sein, das hier ist ein Hammer. Also hat der Terminator einen Hammer und ein Schild. Ist ja sehr schön, dass wir eine Mission haben, wo wir lange Gänge haben zum Schießen und wir kriegen Typen, die begrenzte Munition haben und Nahkämpfer sind. Zeit mit mir mal die Karte. Also die Entry Points für unsere Jungs sind leider nicht eingezeichnet. Das finde ich jetzt nicht so schön, aber es sind immer die großen Räume, ne? Ja. Da unten kommen die langen. Da ist kein Eingang. Genau, hier waren die ganzen Türen, die wir aufbekommen müssen. Oder die die Jeans, die wir dann nachher aufmachen. So, das heißt, Storm Bolter 1, kommt mal hier hin. Oh. Da gab es eine Fehlfunktion in meinem Teleporter. Auch nicht schlecht. Ähm. Und der andere wurde gleich mit teleportiert? Wie jetzt? Warum sind zwei von meinen Jungs weg? Äh, okay. Du? Gehen wir da unten hin. Wieder eine Fehlfunktion. So, ich darf nur drei mitnehmen? Die... Ernsthaft? Ich shall not fail. Ja. Ja. Also warte. Da ist der Typ im Hammer. Da ist die Chang. Äh, die Soul Cannon. Da ist Chainfist. Okay, sind doch alle da. Das war gerade sehr verstörend, dass plötzlich diese Symbole weggezeigt wurden. Aber okay. Also. Du. Einen Schritt vor. Tür auf. Nochmal Schritt vor. Nächste Runde machst du die Tür auf. Dann haben wir hier schon mal einen schönen langen Krödoer. Und die Tür machen die Jeans-Dealer eh auf. So, du bist ein Nahkämpfer. Was nicht so schön ist. Dreh dich mal nach da. Mach die Tür auf. Ah, ich will dich gar nicht hier haben. Ich will ihn hier haben. Tür auf. Du. Lauf mal da ein. So. Hier sind zwei Korridore. Das heißt, theoretisch könnte der eine hier das ganze Ding halten. Mach mal auf. Jetzt geh mal zurück. Habe ich dir nicht gerade gesagt, du sollst rückwärts gehen? Na gut. Dann halt so. Umdrehen. Mit den letzten beiden Punkten kannst du noch in Overwatch gehen. Also könntest du. Aber müssen wir nicht, weil noch keine Blips da sind. So, was haben wir hier? Hier haben wir einen Typ mit der Chainfist. Was hast du noch? Ah, du hast wenigstens einen Stormbolt. Okay. Aber ich glaube, der Chainfist Typ. Chainfist. Overwatch. Hm. Ach. Man kann Eingänge blockieren, indem man innerhalb von sechs Feldern von ihnen steht. Okay. Das heißt, wir können einfach hier runterlaufen. Dann kommt da keiner raus. Und die ganzen würden von hier kommen. Aber nö. Ich töte lieber alle. Die ganze Xenobrut. Hm. Du. Aufmachen. Du kommst jetzt mit da hin. und hilfst dem da. Stopp. Du dreh dich mal so. Du musst da rumlaufen. Damit du den Korridor abdecken kannst. Also ja, die beiden halten den hier. Der hier. Und der hier halten die. Und er mit dem Hammer steht einfach nur rum. Also er kann Türen aufmachen. So, gucken wir mal, wie viele Poren gekommen. Ein Blip. Zwei Blips. Und das war's. Hm, okay. Hammer und Schild. Ja, sieht schon sehr beeindruckend aus. Aber ich habe irgendwie nicht so das Gefühl, dass der mit den Jeans, die dann trotzdem zurechtkommt. Mal gucken wir. Hm, du wolltest zurückgehen. Damit du nächste Runde dich umdrehst und den ganz langen Korridor lang schießen kannst. Und du musst da ganz oben hin. Um sich da hinzustellen und den Korridor abzudecken. So. Du stehst jetzt einfach hier. Ja, sehr bedrohlich. Und sieht sehr cool aus. Was steht da drauf? Leon. Brother Leon. Die haben sogar alle eigenen Namenstags an ihren Schultern. Ah, sehr mal cool. Okay, außer du. Du bist wohl nicht wichtig. Äh, du musst darum laufen. Damit werden wir glaube ich auch schon durch. Punkte weg. Punkte weg. Punkte weg. Ja, enter. Die zwei Lips oben werden näher kommen. Oh ja, doch. Sind ein paar. Sind ein paar paar. Die wollen alle oben lang. Warum zum Geil? Wollt ihr alle oben? Und warum ist die Tür zu? So, du. Du bist ein Stormbolt. Du bist ein Stormbolt. Okay. Du dahin. Drehen. Tür aufmachen. Dreh dich. So. Und dann aus dem Weg gehen. Du drehst dich um. Gehst in Overwatch. Und jede Runde versuchst du einen Schritt zurück zu machen. Und wieder in Overwatch zu gehen. Overwatch. Damit du möglichst viel Zeit hast. Bevor die Gegner nicht ankommen. So, du. Ich hab keine Ahnung, was ich mit dir anfangen soll. Also ja, du kannst versuchen die zu klumpen zu hauen. Aber es sind ganz schön viele. Du, geh mal rück. Nee. Geh mal da hin. Ja, Bruder. Geh mal. Geh auf Guard. Die Ampura ist mein Schild. Damit du im Nahkampf zurückschlagen kannst und besser würfelst. So, du hast, du hast, die beiden Jungs unten fehlen noch. Obwohl hier gar keine Blips kommen, was ein wenig verstörend ist. Können wir hier mit da lang irgendwas decken? Nö, können wir nicht. Die Tür ist immer noch offen. Okay. Also, Overwatch. Und du. Aber warte ein. So, ich hoffe, dass ein Teil davon jetzt unten langläuft. Sonst muss er die alle einzeln zu klumpen hauen. Und da habe ich nicht so ein gutes Gefühl bei. Gucken wir, wie aus seiner Sicht das aussieht. Ach, schade. In der Phase kann man das nicht. Das wäre auch ganz schick. No mercy. So. Smash. Smash. Ach ja, doch. Hältst dich soweit ganz gut. Aber es sind irre Wiele. Und die ersten Blips unten. Sehr schön. Das muss ich schön aufteilen. Weil wenn die alle nur von einer Seite kommen, dann ist die ganze Positionierung hier unten für den Arsch. Ach so, stimmt. Das Würfeln müsste ich nochmal. Mich angewöhnen, dass ich da Neuwürfel, wenn es zu niedrig wäre. Wird das hier angezeigt? Nee. Aber ja, waren diese Runden auf jeden Fall ja noch. Vier Stück müssen es gewesen sein. Oder fünf. 33 Jeans die da noch. Ja.